herzlich willkommen zu einem neuen midgard klassen guide oder tutorial oder berufe oder wie auch immer ihr das nennen wollt wir kümmern uns heute um den zweiten in der liste wenn ihr interesse habt an allen videos die sich hier rund um die midgard klassen oder drehen dann schaut unter dem video in die infobox da ist die playliste verlinkt zu dem ältesten deutschen rollenspiel und dort findet ihr in alphabetischer reihenfolge alle spielbaren rassen nein nicht rassen sondern klassen von midgard heute kümmern wir uns um den barbaren der sich auf den ersten blick ein wenig langweilig anhört das ist ein barbar ja aber es ist nicht nur der konen bar gemeint oder der nordland bar oder der wikinger was auch immer ihr da als barbar sehen wollte sondern auch der nomade der in buluga also in afrika in der wüste umherrennt mit einem speer und einem schild bewaffnet ein 1 meter 50 großer kleinwüchsiger aus dem regenwald ein wilder aus dem dschungel kann auch ein barbar sein ein berber der irgendwo durch die steppe auf seinem kamel reitet das ist auch ein barbar also alles was in stammeskulturen lebt und so weiter das sind alles barbaren und früher gab es bei midgard mehrere typen von barbaren es gab den waldland barbar und den den was was der nordland barbar ich bin mir jetzt nicht mehr sicher bei midgard 4 war das so das wurde jetzt alles auf den barbar zurückgeschraubt denn bei midgard 5 ist es so dass man ja die spezialisierungen selbst wählen kann also welche waffen und welche fertigkeit man so ein bisschen hat und das war bei midgard 4 noch ein bisschen mehr festgelegt okay würde ich sagen schalten wir mal rein also der barbar abkürzung bb zeichnet sich meistens dadurch aus dass er aus einem gebiet kommt in dem man in stammesgesellschaften lebt vielleicht nicht unbedingt schreiben kann und lesen und wo auch magie vielleicht von einem droiden oder einem schamanen er gemacht wird oder so aber magie ist meistens nicht so das ding der barbaren allerdings können sie das ja lernen ja ein barbar zeichnet sich auch gerne mal dadurch aus dass er relativ weltfremd ist sklaven können auch gerne barbaren sein also wenn ihr einen charakter spielen wollt der zum beispiel irgendwie eingefangen wurde das sind gerne auch barbaren ja die anforderungen an einen spieler wenn man einen barbar spielen will das ist relativ leicht vor allem wenn man ein neuer spieler ist denn wenn man ein neuer spieler in einem neuen system ist und eine figur spielt die auch neu in der zivilisierten welt ist dann deckt sich das und man kann als spieler ganz unbefangen fehler machen und und fragen stellen und dinge vielleicht nicht richtig einschätzen und verstehen und kann es dann auf seinen unerfahrenen barbaren schieben das ist doch ganz schön eine schöne sache die eigenschaften die an barbar hauptsächlich ausmacht sind gestärke und gewandtheit ganz stark das sind ganz starke werte zum thema draufhauen auch also stärke und gewandtheit wenn ihr die beiden nach oben habt dann wird eure schadensbonus und euer treffer bonus relativ hoch gehen und deswegen ist das beim barbar auch ein thema wie gesagt diese eigenschaften vorschläge wo ihr euren fokus drauf legen sollte die sind immer so zu verstehen dass das so ein bisschen dass das kernelement ist und das deckt sich dann auch mit den fertigkeiten die ihr vergünstigt lernen könnt ja habe ich ja schon mal erwähnt völker die den barbar spielen können die nicht menschlich sind gibt es keine ein barbar ist in der regel immer menschlich also es ist nicht vorgesehen einen zwergischen barbar zu spielen oder ein elfischen barbar oder sonstige dinge oder gnome oder halbling eigentlich sind barbaren nur eine menschliche geschichte denn der entwicklungsstand der meisten nicht menschlichen völker ist ja immer relativ identisch aber bei den menschen ist es ein bisschen unterschiedlicher dann haben wir die typische fertigkeiten ein barbar bekommt immer die herausragende fähigkeit die auch wirklich sehr sehr oft einsetzbar ist spuren suche plus acht und dazu noch ein überleben und da kommt es dann darauf an aus welcher region ihr kommt wenn ihr aus der wüste kommt dann wäre doch so ein überleben wüste oder wenn ihr aus dem wald kommt dann wald oder gebirge oder sonstige dinge ich weiß jetzt wenn einige sagen ja das eine oder das andere gibt es nicht mehr ich weiß es jetzt nicht auswendig bei mitgas bei mitgad 4 gab es vier oder fünf verschiedene oder nicht gab sogar sechs verschiedene überlebensfähigkeiten da waren dann auch so sachen dabei wie überleben im eis überleben im sumpf überleben in der steppe und so weiter und die wurden jetzt ein bisschen eingedampft ich glaube bei mitgad 45 gibt es jetzt nur noch drei oder so also immer das was am besten passt das müsst ihr dann lernen und das sollte man müsste ja eigentlich lernen das muss ja ein bisschen dazu passen spurensuche das ist auf jeden fall eine wichtige fähigkeit damit könnt ihr auf jeden fall alle möglichen arten von spuren suchen und jetzt kommt es immer ein bisschen auf einen spielleiter an jetzt nicht nur in der natur sondern unter umständen auch in der stadt zum beispiel oder wenn ihr irgendwas sucht dann ist spurensuche auch da ein thema meine katze fängt gerade an zu knistern ich werde kurz eine pause machen so da bin ich wieder ich habe ordentlich gefaucht ja bei mitgad 5 ist spurensuche eine der stärksten fähigkeiten damit könnt ihr nicht nur wie gesagt spuren suchen sondern auch dinge finden und da kommt es immer ein bisschen auf den spielleiter an ob er euch das gestattet eine spurensuche zu machen um zum beispiel irgendwas geheimes zu finden oder ob das oder oder ob das dann dem wie heißt dem spitzbuben oder sowas ja zusteht dass er sagt ja du kommst das kommt immer ein bisschen auf den spielleiter an ich würde bei spuren suche generell den hintergrund der figur im auge behalten also wenn es ein barbar ist dann sollte er nicht in der lage sein meiner meinung nach mit spuren suche zum beispiel geheimtüren zu finden oder irgendwelche dinge in der richtung so die lernfelder beim barbaren äußern sich wie folgt alltag hat er zwei lernpunkte das ist nicht viel und kampf hat er ein lernpunkt warum hat er auf kampf nur ein lernpunkt dass der kampf ist die primäre geschichte eines kriegers da ist der krieger viel etwas besser und in kampf sind dinge drin wie reiten reiter kampf anführen athletik und gelände lauf und ja außer gelände lauf hat der eigenen und reiten hat er eigentlich da nichts was er sich aussuchen kann also wenn ihr in die lernliste schaut könnt ihr sehen dass gelände lauf und reiten jeweils eine lerneinheit kostet und dementsprechend macht es einfach sinn für ein barbar eine von den beiden sich auszusuchen reiterkampf kostet auch noch eine lerneinheit aber reiterkampf ohne reiten ist nicht möglich also macht es keinen sinn oder kann man auch gar nicht reiterkampf erst lernen bevor man reiten kann ja freiland ist noch ein bisschen höher in den punkten drin mit vier punkten das ist auch ein ein fokus vom waldler vom barbar generell der auch naturverbunden daher kommt und eigentlich ist ja so eine mischung wenn man es mal genau nimmt von den fertigkeiten her und so weiter zwischen krieger und waldläufer hat nicht die vorteile von einem krieger und auch nicht die vorteile von waldläufer und schwebt so in der mitte durch ja kann man machen dann körperlich ist er sehr stark wir haben ja der ist sehr ausdefiniert das heißt er kann zum beispiel er kann zum beispiel gut klettern oder schwimmen balancieren also alles was man so in der freien natur auf jeden fall braucht und hat mit seinen 24 waffen lerneinheiten ist ja genau wie der assassine relativ oben mit dabei was die lerneinheiten bei waffen angeht und kann dementsprechend auch die großen sachen lernen wie zweihandschwerter oder oder keulen oder was auch immer die schon so viele lernpunkte kosten dass manche manche heldenklassen das gar nicht unbedingt lernen können ja dann habe ich den punkt noch mal abgeändert jetzt ich hatte vorher lernen kosten aber ich habe das immer abgewandelt der fokus beim barbar liegt ganz eindeutig natürlich auf den körperlichen kampf und kampffertigkeiten er hat jetzt nicht so viele lerneinheiten von anfang an den kampf zum beispiel aber er kann das relativ einfach lernen der fokus liegt da auf freiland kampf und körper diese drei lernfelder könnt ihr für jeweils zehn erfahrungspunkte lernen der alltag und waffen sind mit 20 dabei und jetzt kommt das ist der unterschied zum beispiel zum assassin der relativ ausgeglichen war der barbar hat halbwelt und unterwelt da muss er 30 aufbringen das ist schon sehr teuer aber sachen wie wissen da hat er kaum einen zugang und muss 40 erfahrungspunkte dafür ausgeben also dementsprechend könnt ihr was das lernen angeht relativ in eine richtung gehen und das ist ganz klar alles körperliche und kampf und wissen wird für euch ein einfach unverhältnismäßig teuer da müsst ihr dann halt sehen ob es eure charaktergeschichte passt ob ein barbar vielleicht die mühe auf sich nehmen will und will zum beispiel schreiben lernen und solche dinge das ist dann eine schöne rollenspiel sache und müsst ihr auch dann ja mit schweißblut und tränen im spiel erspielen dazu sei aber noch gesagt dass der barbar bei seinen ausdauer punkten in den ersten fünf stufen ein w3 plus 3 hinzu bekommt es gibt nur wenige die so viel ausdauer haben das ist einmal der krieger der barbar und der waldläufer die bekommen ein w3 plus 3 und alle anderen kämpfer bekommen ein w3 plus 2 dementsprechend können barbaren sehr sehr heftige ausdauer punkte helden werden wenn euer würfel glück passt und das bedeutet dass ihr im kampf einfach viel viel länger durchhalten könnt als zum beispiel ein magier der bekommt nur ein w6 plus 1 ein w3 plus 1 und nach einigen graden werdet ihr schon einen deutlichen abstand zu anderen charakteren auf jeden fall damit haben und könnt länger im kampf abwehren angreifen und so weiter ja abschließend kann ich sagen dass der barbar auf jeden fall eine sehr sehr schöne sehr schöne figur ist wenn ihr keinen waldläufer dabei habt also wenn jetzt zum beispiel einen krieger dabei habt in einem barbaren dann habt ihr dann könnt ihr mit dem barbaren wenigstens ein wenig die waldläufer fähigkeiten abbilden und habt noch mal einen starken kämpfer dabei der in der stadt beim wissen und so weiter eher nicht so gut ist aber der sich auf jeden fall im kampf gut durchsetzen kann anfänger können auch diese ja können können ein reller können ein baba relativ leicht spielen weil der baba alles lernen muss und und ansonsten ja ist aber war eigentlich eine schöne klasse mit der man auch viel machen kann denn das wichtigste ist die hintergrund geschichte und nicht unbedingt jetzt das was man an werten so bekommt das heißt ihr könnt sehr sehr schöne tiefe barbaren spielen die sehr sehr wild kämpfen und so weiter aber auch die einfach nur eine hohe intelligenz haben aber die einfach nicht ausprägen konnten in ihrem folgen leben also den barbar auf jeden fall im auge behalten eine schöne klasse macht spaß auch mal einfach so mit einem großen knüppel drauf zu hauen und einfach mal laufen zu lassen und ja wenn euch das gefallen hat dann lassen wir gerne ein abo da und einen daumen nach oben wir sehen uns jetzt im nächsten video wieder und da geht es dann um den glücksritter die ikonische klasse von midgard bis zum nächsten mal dann macht's gut tschau tschau